Ist das denn nicht der Test? Hast du mir denn nicht davon erzählt? Ja, das ist genau derselbe Test, von dem ich dir erzählt habe. Ist das denn nicht der Mensch? Hast du mir denn nicht von ihm erzählt? Ja, das ist genau der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Ist das denn nicht das Mädchen? Hast du denn nicht nach ihr gefragt? Ja, das ist genau dasselbe Mädchen, nach dem ich dich gefragt habe. Sind das denn nicht die Fotos? Hast du sie nicht angeschaut? Ja, das sind genau diejenigen Fotos, die ich angeschaut habe Sind das denn nicht die Schauspieler? Hast du über sie gelesen? Ja, das sind genau die Schauspieler, über die ich gelesen habe Ist das denn nicht das Schiff? Bist du denn nicht damit gereist? Ja, das ist genau das Schiff, womit ich gereist bin Ist das denn nicht die Stadt? Sind deine Freunde nicht daher gekommen? Ja, das ist genau die Stadt, woher meine Freunde gekommen sind Ist das denn nicht das Programm? Hörst du das denn nicht immer? Ja, das ist genau das Programm, das ich immer höre Ist das denn nicht das Geschäft? Hast du denn nicht dort deinen Hut gekauft? Ja, das ist genau das Geschäft, wo ich meinen Hut gekauft habe Ist das denn nicht der Stuhl? Hast du denn nicht auf ihm gesessen? Ja, das ist genau der Stuhl, worauf ich gesessen habe Und ich sage, was es warst, woher die Tattoo Kliff ist tatsächlich da seien, woher die Tattoo Sobald aus больше, das heißt, ich sage, dass wir einmal sicherlich haben Und ich sage, woher die Tattoo bei Tattoo Und das ist ein Problem, weil ich glaube, dass wir wieder einmal in Deutschland Von Meu Tag, weil wir genau das hier ein Augenblick Und ich sage, woher die Tattoo enthalten ist, weil ja auch immer sicher ist, weil wir das Thema